hallo und herzlich willkommen zu der weiteren runde ttt mit dem tim dem pacco und dem matthias hallo heute spielen wir auf nuketown unfassbar ich bin hinter dir toll angst da würde ich doch nicht sagen ich hätte schon dreimal machen können da ist einer gestorben hier wer ist es der tim ich habe leider die regenbogen kohle Krass, Dreck war abgeräumt Egal, wir haben jetzt die Musik bei dem Friendship Beam, ey Ich muss mich voll zusammenreißen, nicht zu lachen, ey Das ist wie Disneyland, echt Tim bei mir Paco bei mir Weagle bei mir Alle bei mir Alle bei mir Aber keiner weiß, was da ist, das ist, äh Noch nicht Heno Heno Dann muss es ja Björn sein Der, der mir hier gegenüber steht Aber dem Björn, ich hab gerade so ein Grundvertrauen zu Björn Genauso wie gerade zu Tim Der Tim ist schon wieder abgehauen Ja, warte Kann mich wenigstens keiner töten Also Leute, falls ihr nichts mehr von mir hört Ich bin hier gerade die ganze Zeit mit Björn unterwegs Na, Kaffee? Gerne, danke Gutes Buch Das ist unhöflich, äh, die Tasse abzuschließen, oder? Ja, ja, ja In manchen Ländern nicht Da gilt das als Kompliment Geht das als unhöflich Ein heißes Getränk So Vielleicht nochmal meine Tastenbelegung nachgucken Hier Irgendwie lädt der nicht nach Also, ich weiß nicht, ob ihr die Information irgendwie gegen mich verwenden könnt Versuch mal mit R Ja, das ist Für den Linkshänder ist R nicht so geil Achso, ja, stimmt Oh, yeah Was? Was geht dir ab? Oh, okay Oh Fuck Boah Alter, bei mir liegt der Bildschirm und ich hab nur die bescheuerte Thriller-Musik Ja, das ist die Thriller-Gun Zwingt dich 15 Sekunden zu tanzen und dann stirbst du Ich hab dich nur tanzen sehen Hast du mich auch tanzen sehen? Ja, ja, das ist auch voll abgegangen, ey Und wir sind uns noch nicht einig, ob man dann reden darf oder nicht Stimmen bei mir? Ja, wenn man tanzt, dann darf man dann davon reden Wir sind uns über einige Items noch nicht einig, aber ist ja egal Inno, Paco bei mir Ja, 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 hör du bloß auf Ich schieß dich einfach ab, weil du es die letzten beiden Runden warst Genau, aufs Verdacht schon Aber übrigens, ich hab bei mir noch gar nicht drauf geguckt Björn bei mir Matthias ist es Der hat auf mich geschossen, der ist in dem anderen Haus Ich hab die Fenster kaputt gemacht Du hast auf mich geschossen Nein Na sicher Hallo, du standst da und ich hab da hingeschossen Was machst du denn da oben im Haus? Ich? Ich hab gerade den Matthias verfolgt Nee, den Matthias Der Björn bei mir Fenster kaputt schießen Ach, okay Okay, das war jetzt der Tim da oben Warte, ist das wieder auch mit dem Fenster? Hat das draußen? Du bist auch draußen Irgendwie getroffen Björn, warst du das? Das war ein Disco Ja Björn bei mir draußen im Garten Ah, Paco Wer ist das denn hier? Tim? Leute, du griffst die Granaten immer Fenster scheinbar einschmeißen Hui Plück Tim? Also ich bleib ja dabei Der, äh, Matthias hat gerade auf mich geschossen Ich hab nicht auf dich geschossen Weißt du, ich hab beim letzten, letzten Jahr Wo ich dabei war, da stehen Damit er schnell auf den Friendship Beam wechseln kann Einer von uns wird das wohl sein, ne? Wer schießt da? Ja, wer hat jetzt geschossen? Wer hat geschossen? Da schießt noch jemand Der Tim schießt Aus'n LKW Ja, ja 1,40 noch Da ist hier, der ist ja, der ist ja gestorben ist Du bist safe hier, Paco ist safe Besser, wer ist geschossen? Wer sonst noch lebt, ist Trader ich hab doch gesagt hat der mir schön die Tauben im Hals gejagt du kriegst davon nix mit inno inno noch gar nicht nachgeguckt ich hab noch meinen oh ja inno dann muss es ja der Björn sein oh ja wie hieß es noch gleich äh inno was sagt Björn ey Björn schießt auf was macht ihr da er hat mich nicht getroffen verdammt geh weg Björn wer war dat geht einer auf jeden Fall schon Blut verspritzt ich hab dem Björn gesagt der soll weg gehen der hat mir einen Streifschuss in der Arm verpasst bist du es ich ja der Mathis wenn er der kratzt immer alle an und dann versucht er alle zu erlegen der hatte schon letztes Mal den Titel Trigger Happy wenn man auf jemanden schießt er ist so wenn ich unter 50% bin dann fang ich an mir Sorgen zu machen nach dem Motto er war kaputt ja das Haus brennt ruft die Feuerwehr ouch ja Paco schieß ja aus der Garage ich komme immer zu spät naja die Map ist echt schön klein die gefällt mir ganz gut eigentlich die Farbgebung da müssten wir vielleicht nochmal drüber sprechen ja die Original Map sieht auch anders aus Inno 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 so das heißt wenn ich irgendeinen Abknall dann stehen die Chancen um 33% wenn das richtig ist 50% ich bin Inno ja ok dann dann waller ich jetzt einfach wild um mich und sag mal ah ne da bist du ja du bist ja Inno ich bin auch Inno also musst du den Tim abknallen ich bin Inno nein hab ich doch schon gesagt Björn guckt mit der Pope auf mich Björn bei mir danke danke ich will deine Waffe nicht Mathis bei mir ist aus dem Fenster gehüpft ich hab Angst vor dir gib weg ja genau ja gib weg was ist das hier eigentlich rosa oder wollen wir jetzt über die Farben diskutieren ja also ich hätte das nicht so angestrichen bin ich ganz ehrlich stehst du mir auf so ein knalliges rot ne Traitor blau ich bin eher für so einen Traitor rot mein Gott das ist ja sehr gut lieber bei mir bei mir warum sind alle auch gerade an einem molotow cocktail geschmissen da muss hat der matthes sein ja das ist das molotow cocktail ich wollte den eben ausprobieren bin ich dazu gekommen die kann man schmeißen kommt es wo bist du was denn ich gucke mal ob das genau so ein brandradius radios ist wie das andere und ist genau der gleiche brandradius das sah eben schon krass irgendwie nach viel feuer aus hat das rente immer her geschossen ich habe geschossen dem bei mir abdrücken und dann sage ich deinen namen und dann kommt auch wenn man nur so ein stimmen pacco 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 rückwärts gegen den zaun gelaufen glorreich mit aggressiv mit schrotflinte aus tim schießen immer mit der schrotflinte hat er geschossen hat jemand rein geschossen hinter dem hinter dem tank laster vermute das war der wer denn jetzt nicht ich stand hinter dir bei mir 40 sekunden hier schießt einen auf mich matthias scheiße ich hab noch 5 war ein molotow nein es war kein molotow es war eine brandgranate du liebst doch du bist ein übler lüger genau lüger 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 ja komm her ich hab eine brandgranate nein will ich nicht geh weg doch wo bist du du bist ein ganz fiese möb geh weg ja natürlich warte ich zeig's dir wo bist du will ich gar nicht sehen geh weg nein geh weg ich bin übrigens inno wo waren die schüsse ich wollte nur mal gucken wie die feuerrate von lüger lüge ist weil hier offensichtlich keine schrotflinte mehr rumliegt nehmt der timme mal nein ich hab keine wenn dann kann ja auch nur eine nehmen nicht alle gucken so alle aus seiner Hosentasche raus hehehe iiii ist er brand die bion sagt nichts hier liegt echt keine pumpe mehr rum ne so ha alle weg geschmissen ach toll ich bin übrigens da rum hallo 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 naja sag ich auch immer naja mit molotov aber ne weißt du ich mach das so hehehe ey hör auf hör auf hehehe hm tim nicht da kommt gleich mit friendship hm my little pony hehehe ja komplett hehehe der ist nicht von mir nur mal so nebenbei jaja klar nein ehrlich nicht der ist nicht von mir hehehe disco genau in dem Moment hast du gesungen ey was ist das für ne mucke ey selben mörder wie der für dein kamo der ist wirklich nicht von mir die ist die die war doch beim tim die mucke oder nein ich weiß es jetzt nicht mehr fuck ich hab mich drauf geachtet wartet mal Aua wat 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 ey matthias nur mein ist der matthias schon wieder nur auf mich um mich auf deadringer zu testen schießt du mich auf 50% runter ey ja natürlich ist dein lieblingsspielzeug der war's nicht hehehe wieso schießt du denn auf den mann er ist es dann muss es der pion sein ey irgendeiner hat auf mich geschaffen irgendeiner hat auf mich geschaffen irgendeiner hat auf mich geschaffen ich tippe auf Tim ich hab noch 6 ich hab noch 6 ich hab noch 10 hin haben wir ermüßt mehr wende wende Alter Leute wir haben uns alle gegenseitig weg gemacht ja stimmt das nicht aber wir haben uns gegenseitig runter gemacht oh man warum musstest du auch genau in dem Moment das My Little Pony singen ey in dem Moment wo es kam ey da war ich eigentlich schon so sicher dass du es bist ich hab doch nie im Leben damit gerechnet dass das Ding wirklich kommt da ist das Timing jetzt nicht gegeben das Schlimmer ist ich hatte 50 50 Tim hatte ich gesehen und euch beide nicht äh Björn bei mir in O in O Mathe ist bei mir Björn bei mir komm dir nicht rein komm dir nicht rein hast du grad gekauft Paco hä was hast du im LKW gemacht ich hab nichts gekauft ja der hat gekauft hier ihr Paket von Amazon wo ist der Tim? 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 im Haus Tim? Haus hier und wenn ich mal rumstehe Leute was macht ihr denn da? Tim zielt auf mich Mathe zielt auf mich ich weiß nachher gar nicht aus welchem Lauf der Schuss kam der mich erlegt hat so viele Björn lass uns mal lass uns einfach die beiden fertig machen und wenn dann wenn dann noch nie jemand übrig ist dann müssen wir uns gegenseitig fertig machen also du kannst es nicht auf einen von beiden eingrenzen? wow ich hab nen Schuss abgekriegt kann eigentlich kann eigentlich nur der Mathe gewesen sein ich bin Edo weil ihr beide vor mir wart ich bin Edo also auch Mathez warum schießt du dann mit einer Schrot auf den Paco? eine ganze Schrotladung Mathez ich sag dir eins also wenn ich dich jetzt seh da schießt er schon wieder ey 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 wer war das? ich hab doch gar nicht geschossen wer hat auf wen entweder wer hat auf mich jetzt geschossen? ich glaub ich aber ich glaub du wärst Mathez ich sag einfach mal so der Mathez ist der einzige der noch nichts abgekriegt hat ja dann schieß doch okay lass uns drauf gehen ey 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 ich hab' ihn drauf losgeschossen oh man ey wer war's? ach ich hab' dich du standst hinter Mathez du standst hinter Mathez du hast mich zwei mal in der Runde für nen Mathez gehalten und angeschossen ey nee ich hab dem Mathez aber Moment ich hab auf nen Mathez geschossen und du warst hinter Mathez du hast mich aber abgekriegt Ich habe auf den Björn geschossen, das war mein Schuss. Achso. Hier wird aber mal wild rollend durch die Gegend geballert. Ello. 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 Da ist der Mathis bei mir. Also hinter mir läuft der Tim. Ei, ei, ei. Na toll, ist die Pumpe schon wieder weg. Aua, wer schießt denn da? Wer war das? Weiß ich nicht. Muss von da hinten gekommen sein. Ja, weiß ich. Also einer von uns beiden ist es. Also wir beide sind es nicht, würde ich sagen. Hier kommt der Björn. Wow. Aua. Wow, 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 das ist Molotov, Molotov. Alter, der kommt da rausgerannt, Alter. Schießt hier noch. Scheiße. Alter, kommen wieder beide brennend aus dem Haus gerannt, ey. Boah, noch so ein Riesenknall, das ganze Haus brennt. Ja. Das ist der Molotov. Das ist der Molotov. Alter, schön, ey. Ich weiß, weil jetzt nicht, warum der in meiner Hand explodiert ist, aber egal. Da kommt der aufbrennt, da rausgerannt. Wiesel bei mir? Eno. Der ist es nicht nochmal. Björn? Alle? Was, der Frack oder ne Art? Ne, Disco. Ah, Disco. Pogo. Der schießt auf mich? Was liebst du nicht? Der Björn schießt. Hat aber jemanden getroffen, oder war das einfach nur... Das war nur blöd rumgeballert. Mein Gott, was ne Wolke. Tim? Und hier zum Vergleich, bleib weg. Randgranate. Wow. Kannst du mich damit vielleicht mal über den Zaun ballern? Meinst du, dass das geht? Was willst du denn hinterm Zaun? Die Zeilen vom Graben. Hau ab mit deiner Crowbar. Ich hab mal Angst, wenn einer hinter mir rennt. Wo ist der Paco? Du warst gerade unsichtbar. Matis, 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 schieß auf mich. Matis, schieß. Es ist es. Schon wieder. Das gibt's doch nicht. Bist du... Nein! Was? Nein, 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 es ist es nicht, es ist es nicht. Es ist Tim. Der hat mir gerade das Thriller-Gun angeschossen. Deswegen fängt der Weibart als Kürbacher an. Während wir um ihn schießen. Ja, so. Waaah, ey, was für die Schießt um mich? Scheiße. So. Mein Gott, ne. Aber hattest du gerade so einen harten Leck-Packo, oder warum warst du kurz bei mir unsichtbar? Da traf ich jetzt echt nicht. Ich hab keine Ahnung. War ich unsichtbar und der Tim? Hast du auf mich geschossen? Kann man als Traitor unsichtbar sich machen? Ja. Nimm den Ring. Oh, was ist da dann? Alter, wir schießen beide auf den Effekt, auf einmal an zu tanzen, ey. Das Ding, was geht ab. Genau. Hätte ich nichts gemacht, hätte ich den umgebracht, ne? Ja, wirklich. Scheiße. Ich war auch wieder voll überzeugt, weil er Matthias wieder einfach ohne was zu sagen geballert hat, ey. Also, Leute, ich bin... Ich hab doch gesagt, der Paco ist unsichtbar gewesen. Dann hab ich geschossen. Ich bin übrigens safe inno, also, falls ihr jemand wissen möchtet. Ich auch. Paco bei mir. Du hast da gesagt, ich bin inno, also stimmt er bei mir hundertprozentig. Das ist so die neue Qualität. Man ist nicht mehr nur inno, man ist safe inno. Ja. Tim schießt dir komisch aus dem Fenster raus. Der kann nicht anders. Genau. Ja, das ist der... Nervösen Finger. Was merkwürdig ist, dass wir schießen beide auf den, dann fängt der komisch zu tanzen an. Ich hab erst überlegt, ob ich euch ein Friendship-Deamer auf dem Hals hier angreifte. Warum hast du denn keine Pumpe, Paco? Was hab ich nicht? Warum hast du keine Pumpe? Weil nur drei hier sind. Gibt's nur drei. Ich hab die Knarre gefunden und die finde ich... Die schießt ganz geil. Ich muss mal die Feuerwehr rufen. Ah, jetzt funktioniert auch Nachladen. Das ist... Ja, Feuerwehr. Was ist das denn hier? Was ist da eine Brandgranate? Der kauft doch gerade, der Paco. Nein, ich kauf nicht. Warum sagst du, was ist das denn da? Risiko. Ja, weil ich hab da... Holstert heißt das Ding. Und dann hab ich keine Waffe in der Hand. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist unbewaffnet. Und Holstert heißt unbewaffnet? Ja, hier. Unbewaffnet. So, das kann ich auch. Da. Holstert. Der Begriff war mir nicht bekannt. Ja, kennst du nicht das Waffe-Holster? Der gehört geht da immer kurz rein. Da pustet die Knarre rein und dann hast du Hände frei. Hier auf eine C4, bestimmt. Hier auf wo knallt doch, hier gleich. Wäre mal lustig, wenn aufgrund irgendeines Fehlers eine Runde mal keiner Traitor wär. So. Du siehst jetzt der Paco? Paco, Barbecue ist fertig. Was? Das Barbecue ist fertig. Wo soll ich hinkommen? Paco kauft gerade. Nein, ich bin hier gerade auf dem Balkon. Irgendwie. Oder auf der... Ja, genau. So. Wie viel da brauche ich? Tim hat geschossen. Er hat gar nicht geschossen. Hey, Björn hat geschossen. Ah, hast du geschossen. Jetzt hat der mich geschossen. Ich habe nicht geschossen. Nein, überhaupt nicht. Björn, warum sagst du das so komisch? Nein, ich wollte es nur noch mal sagen, bevor der hier... Weil der gekauft hat. ...falsche Tatsachen in den Raum wirft, wollte ich das nur korrigieren. Da klär ich alle keine Munition mehr, ey. So viel wie er rumballert. Ach, da freut er sich schon. Ich habe nur eine volle... Björn schießt. Björn schießt. Ist es Björn? Okay, Mathis. Du lebst nicht mehr? Okay, das letzte, was Mathis gesagt hat, war Björn. Scheiße. Mein Gott, sieht die Scheibe aus. Ey, hör auf zu fressen. Alter, wo ist der? Wo frisst der Dreck? Sag ich die Scheiße. Nom, 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 nom. Alter, ist ja unf... Alter, das hat bei mir richtig geleckt. Scheiße. Ja, sorry. Ja, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tier. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.